Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es schon wieder einen richtig guten Zeitraffer und dieses Mal nicht jetzt hier draußen irgendwo, von der Innenstadt zum Beispiel, sondern wieder draußen, aber von den Sternen, ganz oben im Weltall. Und hier mit dieser Kamera habe ich dann genau mit diesem gleichen Aufbau dann die ganzen Sternen fotografiert und ich bin wirklich überrascht von dem Video, da ich sowas vorher noch nie gemacht habe. Und ja, es ist wirklich ein tolles Video, schaut es euch an und schreibt auch gerne, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020